hi leute herzlich willkommen zu einem neuen video heute vergleichen wir mal wieder teuer gegen billig also billig gegen teuer in diesem fall membranblöcke und zwar ganz spezielle membranblöcke der eine oder andere kennt sie bestimmt und zwar rd 350 membranblöcke warum rd 350 membranblöcke ganz einfach die rd 350 membranblöcke werden mittlerweile für sehr sehr viele intakes benutzt auch ansaugtürme wenn ja wenn jemand sich da einen baut oder halt kauft für die maxis und ich habe da mal wieder einen interessanten vergleich gefunden deswegen mache ich heute mal ein kurzes video dazu in zahlen ausgedrückt das ist jetzt ein billiger austausch membranblock der kostet 12 euro hat aber die rd 350 maße und das hier ist der v force 4 ist bestimmt den meisten leuten ein begriff richtig geiles teil der kostet aber 189 euro das ist ja fast der 15 fache preis ist denn der jetzt auch den 15 fachen preis wert oder reicht uns zum beispiel für unser setup dann auch so einer hier ja das schauen wir uns heute mal an außerdem schauen wir uns mal an was man für 12 euro inklusive versand erwarten kann ja also seid gespannt wir haben ja hier in 12 euro membranblock man muss wirklich sagen es sind halt fiberglass membran die sind natürlich wesentlich billiger als carbon membran halten natürlich dann auch nicht zu lang ansonsten finde ich die qualität des membranblocks jetzt nicht schlecht was mir nicht so gefällt dass jetzt nur hier gummiert ist und hier an der seite zum beispiel ist die gummierung zwar auch vorhanden aber sehr sehr knapp also dass das ist das grenzt schon fast an undichtigkeit das gefällt mir jetzt nicht so gut aber klar irgendwo muss ja gespart werden und auch hier sieht man ich weiß nicht ob man das sehen kann dass da gussreste noch übrig sind das kennt man natürlich von einem teuren membranblock nicht da wird das alles sauber verarbeitet aber ja wie gesagt erst dann auch relativ billig schauen wir uns mal den v force 4 an das ist ja so einer der beliebtesten membran blöcke zum extrem tuning wobei sich jetzt oft schon herausgestellt hat dass der v force 3 dem v force 4 sogar überlegen ist kosten beide in etwa gleich also wer wirklich da richtig krasse setups fahren will mit hohen drehzahlen also auf 70 kubik oder bis 100 kubik dann solltet ihr wahrscheinlich eher den v force 3 nehmen als den v force 4 damit viele leute schon tests dazu gemacht und bewiesen dass der v force 3 mehr leistung bringt als der v force 4 ja ansonsten ist das schon wirklich ein geiles gerät mit dem staffer der eingebaut ist wir haben ja gelernt dass ein membranblock mit venturi einsatz wenn der einsatz zu der größe des vergasers passt besser läuft als ohne da ist hier natürlich nichts dabei bei dem preis und was er richtig richtig cool ist man hat nicht nur diese beiden zungen sondern man hat hier innen noch mal zwei zungen paare das heißt der hat insgesamt acht klappen durch die er gemisch in den motor lässt und deswegen hat man da so eine gute füllung und daneben auch mehr leistung und das lässt sich der hersteller natürlich dann auch ganz schön bezahlen das ding kostet wie gesagt 189 euro inklusive versand das ist schon heftig aber ist halt auch wirklich ein super gutes teil das einzige was nicht so toll ist wenn dann mal eine der karbon membranen kaputt ist was natürlich auch bei karbon membranen vorkommt dann müsst ihr die ja tauschen und das ist bei dem hier leider etwas kompliziert zu machen der muss dann zerlegt werden und das ist gar nicht so einfach und aber ja es ist es auf jeden fall den aufwand wert ich bin selber ein großer fan von den v force membranblöcken sei es jetzt auf kleinen motoren oder auf den maxis da die so eine große fangemeinde haben sind wahrscheinlich viele leute auch meiner meinung ja ansonsten ist er hier komplett aus plastik aber scheinbar wirklich sehr gut durchdacht mit lauter verstärkungen und so weiter und da haben wir halt aluminium guss scheinbar sehr billig herzustellen dann zum teil bisschen gummiert noch ja das braucht der hier nicht der ist nämlich so exakt gearbeitet damit die zungen wirklich plan aufliegen ja auch hierfür werden wir vielleicht mal einen test für euch machen indem wir meinen test motor bauen oder so ja wir wollen ja eigentlich auch mal selber ein eigenes intake raus bringen mit v force oder halt mit einem also mit diesem rd 350 membranblock deswegen habe ich auch diese zwei membranblöcke besorgt weil wir das ja dann auch ausgiebig testen müssen und ja schreibt doch einfach mal in die kommentare ob ihr schon erfahrungen mit diesen membranblöcken gemacht habt und was da eure meinung so dazu ist und dann sage ich wie immer danke fürs zuschauen leute ich hoffe wir sehen uns im nächsten video wieder und bis bald bis bald